Willkommen zu diesem YouTube Video und heute führen wir den 10x Transformation Day durch. Erstmals tatsächlich ein neues Format, was wir hier für unsere Kunden ins Leben gerufen haben. Ich freue mich mega, wird auf jeden Fall sehr cool werden. Es erscheinen knapp 30 Teilnehmer, es wird ein sensationeller Tag werden. Wir werden euch mitnehmen und euch verschiedene Eindrücke zeigen. Wir werden gespannt sein und auch sehen, was die Teilnehmer berichten, welche Ergebnisse und die Beine stellen und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im Beitrag auch. Herzlich Willkommen zu dem 10x Transformation Day. Jura, wie war dein Speaking Part? Ja, war richtig geil. Ich habe über 17 Gesetze des Efforts gesprochen. Das sind wirklich so elementare, wichtige Säulen, wenn du als Coach wirklich deine Business auf 5-stellige, 6-stellige oder 7-stellige Jahresumsätze bringst. Und diese Gesetze haben dafür gesorgt, warum wir als Unternehmen so schnell gewachsen sind, warum ich heute da bin, wo ich bin. Und es war richtig geil, zwei Stunden über diese Gesetze zu erzählen, Menschen, auch mein Publikum mitzunehmen. Also ich fand es echt geil. Natürlich war das auch ein bisschen müde, aber hey, ich habe genug Energie. Wir haben noch hier Thema Marketing, Thema Sales. Da später nochmal Frage-Antwort-Runde. Also ich freue mich und es geht weiter. 3 Gründe, warum du als Coach und Experte dir kein lukratives Online-Coaching-Business aufbauen kannst. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau dir das an. Ja, ihr Lieben, wir neigen uns dem Ende zu. Der 10x Transformation Day ist zu Ende und wir haben, glaube ich, unfassbar viele viele transformative Gesichter heute gesehen, wie du auch wahrscheinlich im B-Roll dann erkennst. Es gab viele lehrreiche Erkenntnisse für unsere Kunden und ja, der Mehrwert ist einfach grandios gewesen. Danke an alle, die da waren und wir freuen uns auf größere Events, die wir in Zukunft veranstalten. Werden, ist auf jeden Fall einiges geplant und wenn du vielleicht selber Coach bist und sagst, hey, ich möchte Wunschkunden gewinnen für mein Angebot, weiß aber noch nicht, wie ich mich positioniere und eben auch Anfragen gewinnen kann, dann darfst du dich gerne melden, www.jurachersat.de. Und ja, das ist unsere tolle Social-India-Managerin, die Lebe Leone. Und vielleicht erzählst du auch kurz, wie du den heutigen Tag fandest du? Also ich fand den Tag super. Unsere Teilnehmer haben auch sehr gut mitgemacht und ich würde es jedem empfehlen, hierher zu kommen. Seid dabei. Und wenn nicht, verpasst ihr was. Genau. Ansonsten auf www.jurachersat.de für ein kostenfreies Erstgespräch anmelden und dann schauen wir mal, ob wir dich unterstützen können oder ob du auch die Möglichkeit hast, beim nächsten Mal mit dabei zu sein. In diesem Sinne dir doch alles Gute und bis ganz bald. Vielen Dank.